Wir haben nur wenige Wochen. Die Bundesregierung entscheidet jetzt, ob Deutschland seine Versprechen an die ärmsten Menschen der Welt hält. Bob Geldoff, Katja Riemann, Benno Führmann, Kaltja Kandela oder Giano Yubatai rufen deine Freunde an und erklären, was auf dem Spiel steht. Lass mich deine Freunde anrufen. Schreiben wir Afrikas Erfolgsgeschichten gemeinsam weiter oder brechen wir unser Wort. Also, unterstütze One mit deiner Stimme. Lass mich deine Freunde anrufen. Schick eine Nachricht an all deine Freunde. Lass uns jetzt Druck auf die Politik machen. I call you.